10.19 zum Vorbericht zum Spiel gegen FC Schalke 04, Samstag, morgen schon 15.30 Uhr, Vorbericht erst heute, weil Deadline Day gestern hat zu viel Zeit in Anspruch genommen, es ging erst heute und PK ist ja auch immer erst am heutigen Freitag, wir legen los, Deadline Day, nämlich das von gestern ganz kurz, weil ich da schlicht und angreifend nicht sage es, ich bin einfach stolz drauf, wie geil das gestern lief, geil die Instagram-Stories rausgeballert, ein schönes, kompaktes Video am Ende, was ich auch sehr supportet, also vielen Dank dafür, deswegen check das Video gerne dazu ab, alle Infos vom Deadline Day seit gestern Abend da online. Nur ein Punkt, habe ich so nach dem Köln-Spiel gesagt, da bleibe ich auch dabei, trotz der langen Unterzahl waren wir in Köln einfach über 90 Minuten die bessere Mannschaft, ich sagte auch Kicker, 3 zu 8 Chancen genannt, Baumgart spricht auch von einem glücklichen Punkt, wenn uns Streich hat die Woche davor von einem glücklichen Sieg gesprochen, bringt halt alles leider nichts, bringt alles leider keine Punkte oder nicht mehr Punkte, mit der Chancenverwertung musst du normalerweise alle drei oder mit der Chancenherausarbeitung musst du eigentlich alle drei mitnehmen in Köln, aber, muss man auch sagen, natürlich war eine sehr, sehr starke Leistung, auch eine sehr reife Leistung in Unterzahl auswärts, die Null gehalten, Müller natürlich mit der Weltklasseparade in der letzten Minute, Pfeiffer hat das logischerweise in Bärendienst erwiesen mit der roten Karte, aber, finde ich, sehr stark, zeigt von Größe, wie er sich danach vor der Fernsehkamera quasi im Interview geäußert hat und entschuldigt hat, sehr gut, Eckloff hätte, glaube ich, schon geholfen, ein bisschen schade mit der Vorsichtsmaßnahme, aber war halt damit nicht dabei, viel Positives, leider nur ein Punkt, mit dem man sich am Ende aber leider dann doch zufrieden geben muss. Lieber sein lassen? Fragezeichen, und ich habe da was gemerkt, mein letzter Auswärtssieg war 2019 in der zweiten Liga in Regensburg, ein 2 zu 3 damals, seitdem, gehen wir mal kurz durch, zweite Liga war noch Sandhausen dabei, 2 zu 1 verloren, in Fürth 2 zu 0 verloren, dann eine lange Corona-Pause, eben letzte Saison, 1 zu 1 in Frankfurt, 4 zu 1 in Augsburg verloren, 1 zu 0 in Köln verloren, 2 zu 1 in Hoffenheim verloren, 0 zu 0 in Mainz, 2 zu 0 bei der Hertha BSC in Berlin und dann eben das 2 zu 2 in München und letztes Wochenende in dieser Saison 0 zu 0 in Köln. Zehn Spiele, sechs Niederlagen, vier Unschieden, wobei sich immerhin das Unschied in München doch schon wie ein Sieg angefühlt hat. Auswärtsliebe, denn ich lasse mich natürlich nicht nehmen, bin trotzdem natürlich weiterhin auswärts dabei, war auch in Köln wieder richtig stark, Stimmungshoheit im Stadion gehabt, richtig geile Stimmung, ist einfach ein geiles Gefühl gegen das gesamte Stadion anzusehen, wenn du eben auswärts dabei bist, in der Unterzahl bist, 4.500 waren es aber in Köln bei einem 50.000 ausverkauften Stadion, check den Stadionvlog dazu vom ganzen Tag in Köln, sehr gerne nochmal aus und auch in München, kann ich schon mal sagen, werde ich nächste Woche dabei sein, auch das Spiel ist ja schon ausverkauft. Schalke 04, unser Gegner, morgen um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena, als Meister aufgestiegen aus der zweiten Bundesliga, sehr geil, welcome back an der Stelle, davor ja komplettes Chaos, eine Mannschaft, finanzielles, auch die Fans, alles drum und dran und so weiter und so fort, alles wirklich völlig am Arsch gewesen auf Schalke. Nun haben sie sich ein bisschen gefangen, finanziell natürlich immer noch nicht viel möglich mit dem Kader, dafür, wie ich auch in der Saisonprokurse gesagt habe, trotzdem finde ich ganz gute Arbeit geleistet worden auf dem Transfermarkt. Natürlich passt aktuell noch nicht alles zusammen, aber es war halt auch nicht allzu viel mehr drin, eben mit finanziell, mit dem Geld, deswegen finde ich, dass der Kader dafür schon ganz ordentlich aussieht. Diese Saison läuft es natürlich noch nicht so gut an bisher, aber auch noch nicht so richtig scheiße, finde ich. Haben wir auch nur einen Punkt weniger geholt als wir bisher. Für mehr Infos da, was auch die Schalke angeht, sehr gerne die beiden Talks mit Cedric vom Schalke-Corner abchecken, bei mir ja 40 Minuten lang, bei ihm fast eine Stunde lang, da war es aber natürlich Themenfokus auf dem VfB, also vor allem das Video bei mir gerne abchecken, wenn ihr mehr zu Schalke wissen wollt. Defensiv durchaus anfällig, vorne fehlt ein bisschen die Durchschlagskraft, vielleicht auch ein bisschen die Qualität, diese Debatte mit Terodde, Bundesliga-Stürmer, dies, das, ne. Also ist auch ein Abstiegskandidat, ich habe es ja auch in meiner Prognose leider auf 17 getippt, einfach vom Kader her, auch vom Trainer her, mal gucken, was mit Schalke passiert. Zuletzt eben auch dieses 1 zu 6 gegen Union am letzten Wochenende, da war ja vor allem auch die zweite Halbzeit eine Katastrophe. Bitte wie 2021 natürlich nicht so weit, dass Schalke abschaltet, das will ich absolut nicht, nur eben ist das jetzt die Einleitung quasi in die Statistik und eben auch das letzte Spiel gegen Schalke. Das war ein 5 zu 1 Sieg 2021, weil die Saison 2021 lief bei uns richtig stark, bei Schalke ist ja gar nicht, ich glaube danach ist auch groß rausgeflogen nach dem Spiel. Heimstatistik spricht auch für uns gegen Schalke. 55 Spiele, 33 Siege, 11 Unschieden, 11 Niederlagen in Heimspielen gegen Schalke. Zuletzt war der Schalke oben auf tatsächlich, 2021 war der erste Heimsieg gegen Schalke seit 2014, also weiter so. Transferfenster, hier können Sie natürlich nochmal ein extra Video machen eigentlich zum Thema Transferfenster und Kaderbewertung, wie es jetzt gerade aussieht. Hier nur ganz kurz und knackig mal alle Zu- und Abgänge aufgezählt aus diesem Sommertransferfenster. Zugänge natürlich Girassi, Wagnoman, Pfeiffer, Perea und natürlich auch dazu zählen sie, weil die Kaufoptionen gezogen wurden, Dinos und Ito. Abgänge, Mangala, Czönov, Förster, Klement, Avucca, Klimovic, Mola, Massimo, Fahir, TBD, Sanko und Bejas. Keine Vertragsverleihung gab es bei Tommy, der spielt nun in den USA, die Davi ist weiterhin vereinslos. Und natürlich Kalajcic, auch noch ein Abgang, nenne ich hier zum Abschluss, weil ein sehr, sehr schönen Abschiedstext gepostet hat auf Instagram. Also gerne abchecken, das Ding ist ein bisschen länger geworden. Bleiben auch damit tatsächlich vom Durchschnittsalter der jüngste Kader der Liga. Kader und Aufstellung haben ja zwei rote Karten. Einmal Materazzo, der nicht auf der Bank sitzen wird am Samstag, hat aber auf der PK gesagt, dass er die Ansprache halten wird vor dem Spiel am Trainingsgelände. Und dass er so 30 Minuten vor und danach irgendwie am Start sein kann, aber eben nicht auf der Bank. Und Pfeiffer, der nun für drei Spiele gesperrt wurde, war ja ein bisschen so zu erwarten, hat mir zwei bis drei erwartet, also die drei sind okay. Infos nun aus der Pressekonferenz. Thomas ist eine Option für den Kader, das dachten wir uns auch schon mit dem Zitat eben, er kann keine 60 Minuten gehen. Mal schauen, Eckloff auch eine Option, wieder Karras hat sich ein Nasenbeinbruch geholt in Köln, kann aber mit Maske im Kader sein, wird kein Spiel ausfallen. Weiter fallen natürlich Koulibaly und Nathai aus und jetzt auch neu leider auch Ulrich, Laurin Ulrich für zwei Wochen. Damit stellt sich für mich die Startelf wieder quasi von selbst auf, würde ich zumindest sagen, hätte er auch bei Thomas die Hoffnung gehabt, eigentlich auf mehr als 60 Minuten setzen wir trotzdem in den Startelf, dann kann er vielleicht auch mal später Pirea kommen, beispielsweise per Einwechslung öfter, es war ja schon öfter so, dass die Aussagen von 60 Minuten nicht unbedingt gestimmt haben. Ich meine, letzte Saison war es ein paar Mal bei Karlajcic, natürlich auch einfach Zwang gewesen, er musste halt kicken, weil auch sonst halt davor nichts am Start war. Vom Karlajcic war es teilweise sehr vogelwild, aber es hieß eben oft, er kann vielleicht nur 60 Minuten oder so, er kann nicht über volle Distanz gehen. Wir hatten oft begleitet Spiele, wo es hieß, er kann vielleicht 60 Minuten spielen oder sowas, am Ende hat er die vollen 90 gemacht, also mal sehen, wie es mit Thomas aussehen wird. So nehme ich dann Müller, Ito, Anton Mafopanos, Sosa, der absolute Ehrenmann, Endo, Wagnoman, Ahamada, Führig, Silas und Thomas. Gerasi könnte vielleicht auch eine Option für den Kader sein, mal gucken, vielleicht für die Bank natürlich maximal, vielleicht geht da ja was, Bank sollte ja, oder haben wir ja nicht so viele Spiele, die auf die Bank sitzen könnten, haben den Kader ja sehr verdünnt. Matarazzo freut sich sehr über Gerasi, freut sich sehr über seine Spielweise und wir hatten ihn wohl schon lange auf der Liste. Ohne Diskussion, kommen wir zur Prognose und deswegen die Überschrift ohne Diskussion, denn man kann mit Argumenten kommen, wie man will, das ist mir wirklich in dem Spiel echt egal. Es ist, wie gesagt, ohne Diskussion ein Pflichtsieg und mit der Erwartung gehe ich da auch morgen rein in den Stall und sage ich euch, wie es ist. Man hat in Köln zwei Punkte liegen lassen, nach meiner Meinung. Man hat in Bremen den Last-Minute-Ausgleich bekommen und damit mehr oder minder doch schon vier Punkte irgendwo verloren. Verlieren darf man gegen Schalke zu Hause sowieso nicht. Und eben dazu das Thema, ohne Schalke irgendwie groß fronten zu wollen, aber gegen wen, wenn nicht gegen Schalke in einem ausverkauften Heimspiel gewinnen? Gegen wen dann sonst in der Liga aktuell? So, meine Frage. Na, gerade auch nach dem 1-6 jetzt gegen Union Berlin, bleib bei meiner Prognose aus den Videos mit Cedric. 3-1 Heimsieg im, ist ja auch einfach so, Abstiegskampf, 6-Punkte-Spiel. Ansetzungen, es wurden zwei Spiele jetzt auch wieder zeitgenau angesetzt. Der achte Spieltag ist Samstag, 1.10.15.30 Uhr aus dem Spiel in Wolfsburg. Das wird dann wohl auch mein erster Match-Reaction-Stream wieder werden, weil ich bin ja in München dabei, danach Heimspiel, Länderspielpause und dann kommt erst wieder Wolfsburg. Neunter Spieltag, Sonntag, 9.10. Heimspiel gegen Union und jetzt kommt es um 19.30 Uhr. Ist total untypisch, normalerweise haben wir sonntags die Spiele um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr. Ist wohl auch wieder so ein besonderer Spieltag. Sonntag ist okay, Union spielt europäisch. Es war klar, dass die auf Sonntag terminiert werden öfter, aber 19.30 Uhr ist halt komplett bodenlos, gerade eben auch für die Auswärtsfans von Union Berlin. Dann wie immer hier noch der gesamte Spieltag getippt, so auch gleich getippt in meiner Kick-Tipp-Runde, die wir am Start haben. Lasst mir auch mal einen Kommentar da zum Spiel. Ihr könnt natürlich auch abstimmen im Community-Tab Sieg, Remis oder Schalke-Sieg. Lasst ganz kurz ein Abo da, wenn ihr hier neu am Start seid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.